Tag Gemeinde, da sind wir wieder beim Let's Play Together. Tag. Guten Tag der Herr. Tag die Dame. Zuerst die Dame. Und natürlich wieder bei unserem Ja, nennen wir es mal, es ist ein Geheimprojekt, aber es wird heute gelüftet, das heißt es war nicht so lange geheim, aber es ist auch erst, wenn wir das erste Projekt, das erste größere Projekt und ihr wisst auch dann nur was es ist und nicht wie es ist. Aber nicht wie es ist. Genau. Genau. Ich sag mal, wir nehmen mal die ganzen Sachen da wieder mit. Geh ich mal hier rein und... Nimmst du deine Sachen mit? Nimm meine Sachen mit? Die Wassereimer hast du, Bo? Die hab ich im Inventar. Da gib mir die Wassereimer. Da kannst du dabei den Eisentank aufbauen und gehen. Genau, und ich nehm hier auch nochmals mit. Oh, das lässt ja hoffen... Komm, wir gehen ganz langsam. Hab Angst. Dahinter, verstückt. Damit unser Gehlaut das nicht zieht. Genau. Ja, der ist nämlich immer neugierig. Da unten, ihr seht es. Unser Freund. Ja, natürlich, es gibt ein... Was gibt es? Lager. Ein Lager, mein guter Nylod. Ja. Nein, natürlich gibt es ein AKW. Ein AKW, ja. Dass es ein AKW gibt, dürft ihr wissen. Genau. Wie, dürft ihr auch wissen, weil das zeigen wir euch ja gleich. Aber wie genau, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr guckt. Ja, dass letztendlich guckt. Genau, und hier haben wir, wo ich mich gerade befinde. Da kommt überall Wasser rein. Also das AKW wird dann sozusagen im Wasser schwimmen. Genau. Ja, Kühlung halt. Und dann doppelwandig. Und wie gesagt, diese Wände haben wir schon mal aufgebaut. Und den Boden hier eingelegt, einfach um... Ja. Zeit zu sparen. Weil es einfach nur Wände bauen langweilig ist und... Scheiß drauf. Deswegen haben wir das einfach schon gemacht und... Genau. Und dann haben wir dann halt gesagt, und wir zeigen es euch von oben. Baust du dann mal vorerst mal hier irgendwo den Iron Tank hin? Hier unten irgendwo. So professorisch vorerst mal, damit wir das Wasser speichern können. Und dann baue ich erstmal den Iron Tank. So, da geht es noch um. Zack. Oh, da. Weil wir brauchen ja... Den haben wir ja... Ja. Wir brauchen ja auch doch die dämliche Energie hier. Weil den hatten wir ja in der... ...letzten Folge... ...gegrüftet. ...gebaut. Jetzt bauen wir ihn auf. Genau. Den bauen wir als Zwischensprecher. Wir haben ja einen Aquius Akkumulator gebaut. Machst du den Eingang hier seitlich und den Ausgang auch seitlich? Ja, ja, das mache ich noch. Ich wollte nur erstmal hier... ...gucken. So wollte ich den machen. So. Okay, dann bauen wir die Pumpe hier. So. So. So ist er fertig. Ja, er ist fertig. Ach, mein Gott. So, hier können wir aber auf jeden Fall schon mal einen Deckel drauf machen. Auf die erste Kammer. Äh, nee, Deckel noch nicht jetzt. Ach so, auf die... Warum? Ja, auf die Kammer. Auf die Kammer schon. Auf die Kammer stimmt, genau. So, dann kommt hier irgendwo der Aquius Akkumulator ein. Und das ist natürlich... Das gibt natürlich kein normales AKW, sondern... Das wird ein ganz besonderes Bauwerk. Und das wird auch noch... ...einige Zeit in Anspruch nehmen... Ja, es nimmt das nicht üblich. ...das zu machen. Nee. Nee, nee. Das wird aber gut. Glaubt uns, das wird echt gut. Genau. Es schaut jetzt natürlich ziemlich standardmäßig aus, aber es wird gut. Hast du noch irgendwelche Steine oder sowas? Stinknormalen Steine? Ja. Kannst du mir da ein bisschen abgeben? Oder Cavillstone? Da hab ich nicht hingeschmissen. Danke. Ja, aber... ...so große Dinge brauchen eben ein bisschen... ...vorbereitungszeit und... ...bisschen... ...Aufbauzeit. Genau, deswegen... Äh, falsch. Den hinpacken. Deswegen, deswegen... ...und deswegen... ...ich hab Hunger. Ja, ich hab gerade gegessen. Ich nicht. Aber ich glaube, ich mach mir... ...ein paar Bratzkartoffeln. Bratzkartoffeln sind immer gut. Bratz... ...Bratzkartoffeln. Was ist Bratz? Ja, das ist so ein... ...ja, das ist so ein... ...das ist so ein Spruch, so... ...aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt sagen darf. Egal. Weil ich will ja kein Ärger kriegen. Kriegst sowieso. Ich mach mir auf jeden Fall Bratzkartoffeln. Vielleicht bei... ...bei einem anderen Punkt, einer anderen... ...Kregenheit werde ich euch den Spruch nochmal erzählen. Okay. Jetzt sagt man bei uns, wo ich herkomme... ...da sagt man das so... ...da sagt eben Bratzkartoffeln... ...und nicht Bratkartoffeln, wie es normal heißt. Deswegen wundere ich mich gerade. Man sagt auch... ...Verbandskasten, sagt man bei uns... ...anstatt Verbandkasten. Ja, aber dann... ...Verbands... ...ja, sagt man bei uns so... ...Verbandskasten. Sagt man bei uns auch mit dem S hinten... ...Verbands... ...ja, das heißt aber Verbandkasten. Ja, ja, das ist schon klar, aber... ...Verbandskasten sagt man bei uns auch. Da gibt es eben noch so einen kleinen Spruch... ...oder eine kleine... ...Weiterführung dazu. Aber das machen wir mal... ...irgendwann anders. Komm, du mal rüber da. Komm, putz, 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 putz... ...warte, warte, ich bin gleich rund, warte. Ich bin gleich rund. Nee, also... ...bei mir schaut es noch ziemlich eckig aus. Ah, ich bin gleich rund um... ...runde Ecken, ah, so meinst. Ja, so, jetzt... ...so, jetzt tust du mal da oben da bei der... ...Dings da... ...die Pumpe raufstücken da. Bei der wo? Bei der was? Bei der wie? Da bei der Energie, da komm, komm rüber. Da, 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 da bin ich, da bin ich. Ach, da oben. Da, die Pumpe mal rauf. Auf die Wand klatschen. Oh, ich bin hier schon wieder runtergefallen. Und dann werden wir also... ...Hierodriver bauen. Einfach die Pumpe. Genau. Die steht... ...falsch. Falsch, oder? Nee, die steht richtig. Kann man die nicht an die Wand pappen? Ah, die kriegt ja so keine Energie, deswegen meine ich... ...wann mal anders. So, Aufnahme neu starten. Dann machen wir es so. Genau, so. Ach, ja. Ah, es hat Energie. Sie hat aber gerade Energie. Ja, aber sie ist falsch rum. Die hat eine Seite, wo sie saugt, und eine, wo sie poppt. Oh, eine Seite, wo sie saugt. Genau. Und das ist nicht mal falsch. Hier oben auf der Seite siehst du, ober der Energie, so einem wieder so einen komischen Pfeil da. Mit... ...oder sollte ein Pfeil darstellen. Gerade und die Energie alles raus. In meinem Textureffekt nicht. Ah, okay, dann schmeiß ich es weg. So, wir bauen mal einen Skew-Driver. Screw, skew. Sprech mir das aus. Okay. Screw-Driver. Screw. Screw. Scrub. Screw. Screw. Ja, Englisch. Nichts meins. Ist ja nicht schlimm. Österreich reicht. Genau, es reicht vollkommen. Ich brauche kein Englisch. Ja, und das gibt eben hier die einen... Und hier haben wir ein bisschen Glas. Das gibt natürlich hier so die... Du kannst ja unten dabei schon links bauen. Das... Was denn? Die Wand auf der Seite. Was wir noch gesagt haben. Beim Abgang. Achso, ja genau, den machen wir schon mal. Ja, das gibt natürlich auch was abgibt hier, Leute. Da gibt was ganz Besonderes hier. Uuuuuh, ich freue mich. Da musst du mir halt mal die anderen Sachen noch geben. Diese Pipes und diese Scraids und so. Da baue ich das mal auf und... Crates, äh, Pipes, äh... So, jetzt legen wir mal doppelt hier rein. Glas. Tisch, mein Tisch, der knarrt. Das ist so schrecklich. Ja, leh dich nicht drauf. Ja, ich muss ja meinen Arm irgendwo hin tun. Ja, wiegt dein Arm mehr als mich oder was? Ja, nee, aber dann... Du sitzt ja auch nicht auf meinem Schreibtisch. Achso, stimmt, ne. Nee, aber da kommt bald, da kommt bald neue, da gibt's einen neuen Schreibtisch und einen neuen Schreibtischstuhl. Aber da gibt ja immer alles Neues, ey. Ja, manchmal muss ein bisschen Neues sein. Manchmal muss man investieren, ne. So. So, so, so. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich mit dieser Redbar-Sache noch nie gearbeitet habe? Nee. Gut, jetzt weiß es. Du hast doch schon damit gearbeitet. Aber mit diesen Wasserdingern noch nie, ne. Achso, ja, siehste, immer mal was Neues. Ich glaub, das sollte so funktionieren. Das erste Mal mit mir. Ach. Das erste Mal mit dir, ja. Ich auch. Könnt man das eigentlich so? Hier so, runter, 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 so. Dann machen wir hier so ein... Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das echt vorstelle. Ich will jetzt einige Leute fragen, was das wird, sie werden's gleich sehen. Wir wollen hier einfach die ganzen Umrandungen hier mit Wasser füllen. Wir wollen kein fließendes Wasser, sondern stehendes Wasser. Deswegen machen wir das mit Redbar. No. Das ist... Das sollte funktionieren, wenn ich jetzt wieder rauskomme. Wir wollen voll das konkret fließende Wasser. Genau. Voll die Schalter, so. Das Problem ist nur, dass der Aquarius-Akkumulator nicht nachkommt. Wir brauchen nur ein Wasser. Alter. Alter, was hast du denn hier gemacht? Voll die Glasstiege, ey. Ja, das ist alles so gewollt, aber ist das... Ich bin auch dumm. Wir haben unten einen Wassertank und ich will auch oben zum Wasser laufen. Ja. Ja, das ist halt, äh... Dummheit vorprogrammiert. So, wo ist der Eimer jetzt? Voll konkret, Alter. So, hier läuft das, hier läuft das gute Nass. Da läuft das gute Nass hier. Ja, das gute Wasser nass. Na, wir müssen noch ein bisschen beschleunigen hier. Hier mehr. So. So, genau. Und jetzt drückst du einfach auf den Knopf und es geht. Du darfst. Zack. Jetzt pumpt er das Wasser hier rein. Und macht Source-Blocke da aus. Ja, ich kann nur nicht hingucken. Das ist mein Problem. Ach, da hinten. Ah, da hinten geht's lang. Und jetzt fließt das Wasser und ich hoffe, dass da wirklich Source-Blocke erstellt. Hinten kommt keins an. Irgendwie. Okay, dann machen wir das mal anders. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so... Pusch, vielleicht muss der eins tiefer. Der muss wahrscheinlich ganz den Boden runter. Okay, falsch. Aber dann hat er ja genau... Weil jetzt hat er hier unten schon eine endlose Wasserquelle hingemacht. Was ja mal nett geht. Jetzt fließt das nämlich schon... Oder ist das jetzt, weil du das Ding da hingesetzt hast? So, jetzt müsste das Wasser... Ja, ja, der ist schon aufgebaut. Was redest du denn für'n Kack? Wo hat er aufgebaut? Das hat schon so gepasst. Boah, der macht doch gar nichts hier. Ja, jetzt haben wir ihn wieder ausgeschaltet. Jetzt hat man ihn wieder ein. Ah, ja, jetzt hat er hier hinten Source-Blocke hingemacht. So. Jetzt macht er Source-Blocke. Genau. Idiotisch müssten wir den... Ja, einen nach dem anderen. Schön, einen nach dem anderen. Das selbe müsst ihr drüben auch machen. Seht ihr? Seht ihr das? Das ist das Gute da dran. Da haben wir hier nämlich stilles Wasser. Hier setzt er... Ich zeige euch das. So, zack. Einen nach dem anderen. Dann setzen wir den auch wieder nach oben. Damit er uns hier auch schützt. Und jetzt macht er natürlich nix, weil unsere Edgrafter hier das nämlich schön abgebaut. Genau. Mal schnell... Wie so? Problem wird gleich sein, dass unser Aquarius-Futze nicht nachkommen wird. Aber das hat er Zeit. Genau, und so kann man einen schönen Raum füllen. Ah doch, der kommt nach. Jetzt könnten wir hier natürlich nicht weiter... Wir hätten den... Was? Ah ja, okay. Ja, das sieht er jetzt hier an. Ich sehe nur vorerst mal. Dann machen wir hier noch. So, 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 so. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wirklich einmal frei funktioniert. Ja, aber es ist cool. Es ist richtig cool. Du wolltest hier fließendes Wasser machen. Ja, nee, ich wollte... Ich wusste das nicht, siehst du? Aber jetzt weiß ich das. Jetzt bin ich schlauer. Genau. Jetzt haben wir hier überall stilles Wasser. Und jetzt kommt da die... Da kommt die Flut. Da kommt die Flut. So kann man... So könnte man theoretisch auch ein ganzes Meer leer pumpen. Nein. Nein. Ach, Gott. Die treiben sich in der Mitte. Geil. Das ist richtig cool. So macht er das jetzt bis oben. Dann haben wir da stehendes Wasser. Genau. Ist das geil? Das können wir dann später auch um den Reaktor herum auch so machen. Da ist der Reaktor im Wasser. Wassergekühlter Reaktor. Hm, na, hm, pff. Weiß nicht, oder? Ja, sehen wir hier. Aber das heißt ja. Genau. So ist es aber nicht richtig, glaube ich. Ich habe das ein bisschen falsch gemacht, glaube ich. Eins, ja. So, oder? So, oder? Genau. Da kann man hier schon gut achten. Oder den hier... Den hier Glas. Ja, schon Glas, ja. Da soll er gleich sind. Mit den Stufen gleich. Ja, 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 ja. Hier kommt das Wasser. Oh, guck mal, wie viel Wasser der schon gemacht hat. Leg mich am Arsch. Geht richtig ab? No. Der geht richtig ab? Das heißt, der hat eh nur noch eine Höhe, was er machen muss. Nee, zwei. Ja, nee, ja, zwei. Ja, genau. Aber die macht er jetzt auch so, oder? Ja, 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 ja. Warum hast du hier eigentlich zugemacht? Das gehört wieder aufgemacht hier. Ja, das war... Hop, hop. Da war ich ja ein bisschen blöd. Ja, das ist bis jetzt noch immer. Danke. Klopf, tu das. Du hast da einfach... Ich darf das alles machen mit Evicenzi hier. Ja, deswegen, ja. Abkloppe. Dann kannst du gleich noch eine Reihe rauf tun, dann können wir die Fläche auch gleich wasserisieren. Ja, das ist doch die... Hier kommt Wasser drauf, hier oben. Ja, aber hier außen noch eine Höhe rauf. Nein, warum? Da kommt Wasser drauf. Das ist die Außenmauer. Da kommt kein Wasser drauf. Oder wie ist das so auch mal? Weil wir müssen das dann da vorne machen. Da müsst ihr auch hier... Ja, das ist schlecht. Ja, dann mach ich hier noch. Nur der innere Raum hier muss Wasser schweben, sozusagen. Außer am Boden halt. So, jetzt hab er da überall... Achso, jetzt macht er hier schon weiter, okay. Was ist der? Guter Gott. Musst dich schön langsam bereiten. Wie hoch macht denn der das jetzt? Der macht doch schon endlich hoch. Bis der Raum voll ist. Boah. Mal schnell abbauen hier. Äh, hinbauen. Aber hier vorne können wir nichts hinbauen. Ja, das werden wir dann abreißen, wenn der da fertig ist. Das ist alles positive. Der macht das so lang, bis der Raum voll ist. Sofern er auch genügend Wasser hat. Wasser bei uns ja hat. Hey, du kommst nicht mehr rein. Ich komm nicht mehr... Äh, du kommst nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr... Haaa. Ah, du hast dann... Ah. Naja, wie ich schon mal gesagt hab. Fuchs kann man nicht lernen. Fuchs muss man sein. Genau. Fuchs kann man nicht lernen. Fuchs muss man sein. Genau. So wie er hier schon den Block falsch gesetzt hat, kommt er oben dann noch eine Reihe drüber. So, jetzt trennen wir uns gleich in der Mitte hier. Yeah, geil. Ey, das ist so cool. Das wird so cool, Leute. Das wird so cool. Ich mach mal, ich kacke mal ab. Ne, hier ist noch fließend. Ja, das machen wir dann schon mit dem nächsten. Du kannst auch mal drüben abbauen, den ganzen Kack. Weil du kannst Steine setzen. Genau, das ist mein Plan. Das ist mein Plan. Das ist mein... Wo ist denn das zweite jetzt? Ich blickts. Ich blickts. So, damit auch im Falle einer Explosion hier wirklich nichts passiert, machen wir das echt hier doppelt und mal anders halt. Mit Wasser zwischen und mal hier und so und... Da und dort und... Und dies und das. Theoretisch könntest du jetzt oben schon die Decke drauf tun. Dann füllt er das sowieso auf. Wie meinst du das? Einfach oben schon die Decke drauf machen. Also jetzt so. Genau, aber auch hinten, oder? Da keine Ecke lassen. Zumachen, Ecke hinten. Zumachen, Ecke hinten. Zumachen, Ecke hinten, ja. Zumachen, konkret, Ecke hinten. Weil ich leuchte dir da ein bisschen. Ich brauch noch Stein, ich hab keinen Stein mehr. Weil das füllt er dann eh so lange auf, bis er voll ist. Und da haben wir dann immer schönes Wasser. Bis er voll ist. Bis er voll ist, ey. Voll krass, Alter. Voll bis er an Stehkragen. Dann haben wir hier schön wassergekühlten Reaktor. Ja, zumindest die Kammer als Reaktor. Ja, hallo. Ja, das wollt irgendwie nicht so wie ich. Nein, nein, nein. Nicht immer diese faulen Ausredner. Da oben hier ein Loch zum Reingehen, hier zack. Tja. Alles schon geplant. Wo rinnt's denn da? Nein, hier rinnt's noch. Mensch. Mensch, Maja, hast du bald. So, und dann auch alle Fackeln weg, bitte, ne? Was? Die Fackeln dann auch alle weg noch. Das ist ja was hier, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Was denn? So, Fackeln weg, Fackeln weg. Erstmal hier Steinchen hin. So. Gut. Ich geh rauf, wenn mal Reaktor kräften. Wenn wir ja ein paar brauchen. Ja. Oh, Mann, ich freu mich. Schnauze da. Ich freu mich. So, Reaktor gegen... Glaube so. Glaube? Glauben heißt nicht wissen. Ja, und nicht wissen tue ich genug. Ja, jetzt... Oh, Edcrifter hat ja gesagt, ich soll die Fackeln da wegmachen, ne? Ja. Ja, aber wo eine Fackel steht, ist, ich glaub, später kein Wasser oder so. Ne, ne, ich mach die schon weg hier. Ich glaub. Ich wissen tue ich nicht, aber ich glaube halt mal, dass ich jetzt weiß. Das frisst zwar ganz schön viel Reinforced Stone hier, aber wir wollen das Ganze ja nicht nur sicher, sondern auch schön haben. Genau, mal anders, nicht so einfach hingeklasht und fertig. Da einfach mal einen anders Stil bauen. Natürlich, wie schon gesagt, will ich da auch dann ein Computer-Crafted-Or machen, damit auch einige hier das verstehen, was wir machen dann. Deswegen auch drei Computer, also die Reaktor brauchen drei Computer. Mindestens. No. Den nehmen wir raus. Der Vollkoffer hat nur einen Generator gecraftet. Was für ein Generator? Für ein Reaktor. Du hast dann gecraftet. Ja, ich hab ganz vergessen, damals hab ich ja noch gesagt, wir müssen zwei machen, aber ich hab wieder vergessen, die Rohstoffe dafür vorbereiten. Dann haben wir halt nur mal einen. Oh, dann hast du auch alles Uranium, Uranium. Jede Menge Uranium brauchen wir dann. Viel Uranium. Zack, zack. Äh, falsch. So, der erste Reaktor steht. Schaut cool aus. Mit Reaktorkammern. Ja, aber der erste, der zweite hab ich noch nicht fertig gefeiftet. Du hast deine Fackel vergessen. La Paloma, oh heee. Oh man, wie bin ich froh, wenn die blöden Steine hier endlich gesetzt sind. Ja, viel mehr brauchen wir dann eh nicht mehr, oder? Gut. Dann schalten wir das dann noch ein. Soll ich, soll ich die schon mal fertig setzen? Ja, ja, die kann ich schon fertig machen. Dann müssen wir irgendwie gucken, ob's klappt. Nee, einfach laufen lassen, der macht das schon. Angst, der? Ja. Bisschen Angst. Nee. Setz einfach, sonst macht er hier draußen auch noch alles voll. Wäre natürlich schlecht. Da auch noch setzen, genau. Und dann lass den jetzt einfach laufen. Und nach 10 Stunden schaltet man ab. Dann ist er fertig. 10 Stunden wird er abgeschaltet. So, Leute. Also, dann würde ich sagen, das war's. Ihr habt gesehen, um was es geht. Super High End Lager. Nein, Leute. War nicht gerichtet. Nee, aber das Super High End Lager kommt auch noch. Keine Sorge. Aber Hitters gibt erstmal, wie gesagt, das AKW. Und die ist noch lange, noch lange, lange, lange kein Ende erreicht. Nee. Wir werden wahrscheinlich offline schon ein bisschen meinen Setup rumtesten, oder? Ja. Ja, muss man ja. Dass es nicht dann um die Ohren fliegt, wenn wir eine Aufnahme machen. Das wäre ein bisschen... Ja, dann müssen wir halt die ganzen Komponenten schon vorcraften, die wir brauchen. Es ist eh langweilig, die ganzen Komponenten craften. Ja, das werden wir schon machen. Aber sonst... Auf jeden Fall, die erste Inbetriebnahme, äh... Oder sagen wir, die erste wirkliche Inbetriebnahme. Die seht ihr natürlich. Ja, die, äh... Machen wir nicht ohne euch. Nee, auf keinen Fall. Wollen wir uns auch mal angucken? Da steht das Ding. Steht es. Genau. Und das ist... Ich hab's in Singleplayer getestet, wenn der in die Luft fällt mit, ich glaub, acht Uranzellen... ...schafft das nicht, die zweite durchzuhauen. Ja, das ist doch sehr gut. Wir reden hier von achtmal Quad-Uranzellen. Nicht Uranzellen. Wenn schon, dann richtig. Genau, hat das nicht geschafft, die zweite Reihe durchzuhauen. Bei mir, in Singleplayer. Ja, der Aquaeus, der kommt auch schön nach, ja. Oh, ja, hat dann eh seine Arbeit getan, sobald der Unfall ist. Ja. Ja, dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute, hinten. Genau. Schaut mir vorbei, wenn es heißt... Klopapier am Start. Let's... Mach scheiß together. Let's scheiß auf Klopapier. Yeah. Uh, dann... Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, ciao.